Herzlich willkommen beim Wetter für Drei für unsere drei Bundesländer und Ihnen erst einmal ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Heute ist der erste Tag des neuen Jahres. Schauen wir auf den letzten Monat des letzten Jahres zurück auf den Dezember. Der war überall in Mitteldeutschland zu mild, meist um zwei Kelvin. Wir Meteorologen geben ja die Temperaturabweichung in Kelvin an, obwohl die Temperatur eigentlich die Temperaturskala Grad Celsius bei uns hat. Nicht ganz so groß waren die Abweichungen zum Beispiel auf dem Brocken hier nur plus 0,4 Kelvin. Beim Niederschlag, da gab es große Unterschiede. Auf dem Brocken war es viel zu nass mit 151 Prozent. Dagegen in Gera und auch in Erfurt fiel nur in etwa die Hälfte des durchschnittlichen Niederschlags der letzten 30 Jahre. Schnee und Regen sind hier beides gemeint. Bei der Sonne, da war es überall viel zu wenig Sonnenschein, viel zu trüb, vor allem im Harz. Hier schien die Sonne fast gar nicht dagegen. In Dresden immerhin 93 Prozent des durchschnittlichen Sonnensolz. Schauen wir uns mal die Highlights des Monats an. Die waren meist auf dem Brocken zu finden. Hier war es nämlich am nassesten mit 304 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Es gab hier den meisten Schnee. 1,45 Meter. Dick war die Schneedecke hier am 17.12. Insgesamt in den Bergen ja eine Menge Schnee und auch im Flachland fiel am 1. und auch am 2. Advent Schnee, der allerdings schnell dahin schmolz. Immer wieder haben uns Sturmtiefs überquert. Am 11.12. wurden dabei die höchsten Windböen auf dem Brocken mit 161 Kilometer pro Stunde in Spitzen erreicht. Wie gesagt, die Sonne war zum Teil nicht allzu fleißig. Gerade mal 2,2 Stunden in Neustadt im Harz im gesamten Monat. Und zum Teil war es sehr mild. Gestern der frühlingshafteste Tag des letzten Dezember-Monats mit 14,6 Grad in Halle-Troter. Mehr Informationen zum letzten Monat des Jahres, zum Klima hier, gibt es auf den Videotexttafeln 541 und 542. Schauen wir auf den heutigen Tag. Der war vielorts richtig schön. Es gab eine Menge Sonnenschein und am Abend einen fantastischen Vollmond zu sehen. Denn auch jetzt sind kaum Wolken am Himmel unterwegs. Das wird sich allerdings ändern. Ein neues Tief kommt in unsere Richtung. Es bringt jede Menge Wolken, Regen und in den Bergen auch Schnee. Denn die Temperaturen gehen ein bisschen bergab. So wird es sich heute Nacht mehr und mehr zuziehen. So oberhalb von 600, 700 Metern kann Schnee fallen. Vor allem im Thüringer Wald und auch im Harz können da bis zu 10 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Autofahrer aufgepasst. Trocken bleibt es bis zum Morgen Richtung Oberlausitz. Hier Temperaturen um die zwei Grad, ansonsten drei bis vier Grad plus. Nur in den Bergen wird es leicht frostig. Morgen das Wetter dann am Vormittag ziemlich bewölkt. Immer wieder kann es Regen oberhalb von 700 Metern schneien. Hier weiterhin Glättegefahr. Am Nachmittag dann schon längere trockene Abschnitte. Vor allem in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen. Hier kommt ab und zu mal die Sonne heraus. Das Ganze bei Temperaturen von 0 bis 7 Grad. Auch in den Tagen drauf geht es ziemlich wechselhaft weiter. Zunächst relativ mild, aber zum Teil sehr, sehr windig. Dann werden die Temperaturen so ab dem 8.1. allmählich zurückgehen und wieder in den Normalbereich, in den winterlichen Bereich kommen. Das war es von mir. Hier geht es weiter mit dem Sandmännchen. Tschüss, bis später.